Oh Rune geht los Zwei Goldraben Spieler im Gegner Team und einer bei uns Oh ein Sticksteck alter, uff das wird witzig das wird richtig witzig ich bin gegen den Sticksteck Kommt eh gleich was von links Keiner von links Kann sagen ich will der Mercy nicht mein Gold hier geben aber Das werde ich wohl nicht verhindern können weil die ist gut Oh ja das Eddie Das Eddie Oh 95% Ult Ich bin bei 60 Oh ja gut hab ich gesagt Barrier ist down und ich hab grad nicht rein ulten Hier kommt Zeug durch ne? Ja ich bin unterwegs Ganz ganz viel Zeug durch Ich hab grad ein Reinhard 1v1 sorry Ja ich mach gleich Schluss Nein ich bin tot Nach der Runde Mercy bitte Kann mich rassen Kann die Mercy mich rassen Nein Gut da brauch ich nicht mal rein zu ulten Das war ja Ich bin tot ich bin tot Ja ich bin tot Oh Gott, wow, okay. Tracer geht on point. Tracer will mich richtig abfucken. Und ich treffe meine Firestrikes nicht auf sie. Die Tracer hat auch ein gutes Movement. Yo, das hat die richtig. Ich krieg's ja auch nicht gesnippt. Oh, sickes Ding. Okay, das Ding ist durch. Hammer, 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 Hammer. Tschüssi, Lenny. Deine Zeit ist noch nicht abgelaufen. Sehr geil, Alter, war das nice. Kombo-Ult halt. Ah, richtig geil. Gerade weil ich Karte nicht reinkam. Ich hab noch mal Hold. Ja, ich auch gleich. Ja, geh vor. Brauchen wir nicht mehr. Oh, die sind mal am Spawner. Geist, was? Auf den Punkt. Wir haben es fast geschafft. Ja, einer gegen vier. So, hat sich noch gelohnt. Und jetzt haltet angreifen. Let's go. Achso, Null. Gernst. Null. Zu Null. Zeig. D centers. Angriff-Phase beginnt in 30 Sekunden. Zeig zu ihnen, was wir drauf haben. Also, lit'stlo. wir sehen uns dann ne ja oh gott da ich den bestigen mit oh gott ich bin richtig glänzer vorne hallo fast vorne richtung richtung punkt den sichern aber wir brauchen ihr support ist wichtig lol wieso karten wieso wandet sie hier schon ich sage doch nicht den da das war's ich denke es durch ich bin nur zu verwirrungen gepflegt und habe wenigstens verwirrung gestiftet ja so halb verwirrung und da sind alle raus gut gut wird die runde auch noch abgesaved mal wieder wieder content weil ich kam einfach nicht ran rechtzeitig und da kann ich so hoch schönes ding und dann stirbt er vielleicht stirbt er einfach noch ich fand unsere mercy gut ich auch